Ich möchte mal einschießen mit deinem Bogen. Verflucht! Das gibt's doch nicht! Du Vieh! Nur hohe Zuggewichte zählen. Quatsch! Mir macht es einfach nur Spaß mit den hohen Zuggewichten. Wie viele Schuße ist das? Der letzte hoffe ich. Der letzte. Ich hab's geschafft. Xenia! Xenia! Mäuschen! Komm hier. So, hier guckt. Aussichtsplattform sozusagen. Ist es auch wirklich hinten. Sag mir doch mal, wie der Berg heißt da hinten. Der Schler. Schlerren. Gut. Schande meiner Vorfahren kommen hierher. Brugge kommt aus Südtirol tatsächlich. Da unten steht was. Im Dunkeln. Eine Bisonherde. Aber das ist dreistellig, oder? Das sind genau 100. Ja, ja. Wie ihr seht, die Höhenlüft ist auch nicht unbedingt gesund. Die sind genauso bescheuert wie hier in Bad Dürkheim. Alles ordentlich, ne? Puh! Da muss Anja in den Himmel halten, um da hinzukommen. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das wird richtig, das wird richtig fetzig. 100 Meter. Dann gehen wir noch einen Meter zurück. Dann sind es 102. Hahahaha. So. 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 Wenn auf der Seite getrönt. Ja, Mann! Ga es jetzt, alter! F***. Alter, wie geil ist das? Du bist so eine geile Sau. Das ist unfassbar. Und da steckt er auch wieder am Verdammt. Ich habe ein scheiß Glück, das ist unfassbar. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, wo ich ihn halte. Ja, verreck. Von der Höhe her perfekt. Unglaublich. Gucken wir mal, was Sven hinkriegt. Ich gehe mal in die Bison rein. Ich gehe mal oben drüber. Nee, zu kurz. Das waren 5 Meter, die noch gefehlt haben. Ganz nahe den Bison. Ich versuche so ruhig zu halten, wie es geht. Da ist es. Ganz knapp unten am Hintern. Immer noch ein bisschen zu knapp. Ja, so langsam geht es in die Kondition. Nicht gesehen. Reicht nicht, ne? Ja, das war zu kurz. Anja, du auch probieren? Nein. So, ich gehe wieder rein. Anjaspeile könnte man auch fliegen sehen. Nee, zu kurz. Viel zu kurz. Der ist allerdings in den Bäumen drin. Okay. Dann war zu hoch. Ich hatte das erwähnt, dass es da hinten 300 Meter runter geht, ne? Näherlich? Ja. Kack, dann ist der weg. Okay. Nee, hattest du nicht erwähnt, aber es ist schön zu wissen jetzt, ne? Nein. Ich möchte mal einschießen mit deinem Bogen. Ich möchte mal einschießen mit deinem Bogen, Anja. Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt. 35 Pfund. Mälchen-Black Widow. Gucken wir mal. Ich denke nicht, 102, 104. Süß. Boah! Ah! Verflucht! Boah! Das gibt's doch nicht! Boah! Du Vieh! Boah! Der stinkt noch besser als Meiner! Ja! Hast du das gesehen? Und er sagt, uh, der geht drüber. Er ist genau drin. Boah! Das ist Spinner. Boah! Spinner ausgemacht. Boah! Der stinkt noch besser als Meiner! Wenn ihr eine Handbreite über dem Kell. Leider läuft das noch? Ja! Das ist der Wahnsinn! Das gucken wir uns vorne an. So. Nach einer ausgiebigen Wanderung finden wir hier schon die ersten Pfeile von Sven. Der ist näher dran. Ja, wir gucken jetzt erstmal, was so geht. Alter, wie geil ist das! Erster Schuss jeweils mit 125 Pfund. Und erster Schuss mit Anjas 35 Pfund Black Widow. Guckt's euch an. So, von wegen, ne? Nur hohe Zuggewichte zählen. Quatsch! Mir macht das einfach nur Spaß mit den hohen Zuggewichten. Aber Treffen! Leute, Treffen! Die Systeme sind gut. Da braucht man keine hohen Zuggewichte. Das passt! Alter, wie geil! Das hat mich gefreut! Richtig Hammer! Und Sven kann's nicht glauben. Dieser Spinner wieder mal. 90 Pfund weniger. Und trotzdem. Geil! Das freut mich! Da freue ich mich jetzt auf mein Bierchen nachher. Ja! Aber Hallo! Sven! Aber Hallo! Aber Hallo! So, ein kleines Abschlussbierchen hier bei der Pension Resi. Da hinten ist wieder die Bergkette, die berühmte. Das ist schon eine hammergeile Gegend. Ja, guckt's euch an. Da sitzen sie, total erschöpft. Mein Hund ist auch fertig. Geld sehen ja. Die spinnen alle. So. Ja. So muss sie sein. Richtig geil. Das ist halt wirklich schön. Und auch. Untertitelung des ZDF, 2020